ein kleiner rad wenn ihr hinfahrt parkt vorne gleich auf dem parkplatz und dann seid ihr in zwei bis drei minuten spätestens in der innenstadt wir sind mit dem auto erst mal weiter durch es ist aber so klein dass wir in kürze sofort in belgien waren und umdrehen mussten so Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.